Ich bin ein guter Konsument, ich hab noch keine Trends verprennt. Der bekannte Schriftsteller Harry Rowold liest heute in unserem Eiskaffee Venezia und möchte dabei nicht gestört werden. Aber wenn Sie geschaut auf meine Arsch! Nur 9 Cent pro Minute für Gespräche mit dem Hock. Im Original-Hock! Oh, Hock! Oh, Hock! Oh, Hock! Hast du meinen Hock geklaut, damit ich mal suchen kommen hab? Kaufrausch, 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 Kaufrausch! Ein-Deutsch-Tugend, Kaufrausch! Arcaden-Opening-Sail! Sail away! You can fly! You bubble tea! Warte mal, seit wann ist ein Blasentee in Trend getrennt? Bäh! Bäh! Trenntes Tor! Völker leert die Regalen! Auf uns nächste Geschäfte! In unserer Finale! Wir haben nur noch Ihr Mensch! Wir haben nur noch Ihr Mensch! Vielen Dank.